Wuhu, ich habe gerade mein Mikro aus dem Loch herangeholt. Geh rein, geh rein! Ich finde gerade das Loch nicht. Ich habe meinen Mikroarm aus dem Loch rausgeholt. Ich komme gerade nicht wieder rein. Ich finde gerade das Loch nicht. Ich finde das Loch nicht. Wait. Ich finde gerade wirklich... Hä, wieso komme ich nicht ins Loch rein? Okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich muss noch tiefer rein. Muss man das festdrehen? Okay, ich glaube, so passt das. So passt das so halb. Vielleicht muss ich einfach fester sein. Ja, vielleicht muss man einfach fester sein dabei. Wait, clippt das nicht, clippt das nicht, clippt das nicht, clippt das nicht, clippt das nicht. Mh, das ist sehr leicht falsch zu verstehen. Ich würde gerne einfach fester rein rammen. Oh ja, oh, da hat sich was getan.